Ich heiße Valnora Concila, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele auf der Position 6. Meine bisherigen Vereine waren der SV Aufheim, der FC Le Kirchberg und der SV Bellenberg. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen und die Ziele mit der Mannschaft der mindeste Klassenerhalt.